Okay, Schweinebacke, wenn Sie wollen, dass Ihnen da draußen keiner eine Kugel schneller in den Wanst jagt, als ich Hatschi sagen kann, dann tun Sie verdammt nochmal jetzt genau das, was ich Ihnen sage. Haben wir uns verstanden? Ich kann Sie nicht hören. Okay, nur zur Erklärung. Ich muss das nicht tun. Ich muss da jetzt nicht raus und versuchen, Ihren Arsch zu retten. Ist nicht gerade ein Hobby von mir. Sie vor ein halbes Dutzend ziemlich böser Jungs zu schützen. Aber wissen Sie, warum ich es mache? Weil ich es kann. Und weil ich der Einzige bin in dieser Stadt, der Ihnen da... Hast du Besuch? Nein, wieso? Dachte, Essen ist fertig. Ah, komm mal. Tja, tut mir leid, Schweinebacke. Jetzt müssen Sie wahrscheinlich doch alleine da raus. Ich hoffe, Sie überleben es. Mmh. 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 Okay. Mmh. Okay.